Ich sag euch Leute, ich find raus, wo die Leute die Gewinner fuhren, das zeig ich euch. Nach der Aufnahme gibt's dann Real-Life-Aufnahme und dann gibt's auch die Phrasen. Halbe Coins wirst du mich verarschen, ich hab auch nur 533. Nein, ich hab... Einen verlauschen und stärken zu euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Hat mir... Oh, nee, ich hab doch die krassen 5 Coins bekommen. Sehr schön, heute sind wir mal auf dem Revenzeit.tv-Server. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal aufgenommen hab, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber, weil ich gerade so richtig unkreativ bin, brauche ich Videos und da GDA dachte, nee, kein Bock auf den Spacken. Ja, nehm ich jetzt... Puh, was ganz Entspanntes auf. So, da ich undichtbar bin, kann ich dem Typ mal hier hinterherjumpen. Ach, sehr gut. So, 5 Sekunden wirst du mich verarschen. Ich hab schon so ewig diesen Modus hier nicht mehr gespielt. Ich frag mich eigentlich, warum ich hier gerade... Uff! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aufendlich ist sie verreckt, das wünsch ich hier gerade sehr. Will auch nicht leugnen, dass es mich freut. Ich hasse diese Lucky-Blöcke. Was sind das eigentlich für Lucky-Blöcke? Die sollen mir Luck bringen und ich... Das gibt ne Anzeige. Der Typ ist hier vor allem Bungee-Springer. Hm. Voll der krasse Dude. Ich bräuchte mal Troll-Rechte hier, das wär klasse. Antwort auf große Macht, große Verantwortung. Wort, äh, welches Wort ist gesucht? Sturmwaffe. Ja! Ich sag euch Leute, ich find raus, wo die Leute, die Gewinner wohnen. Das sag ich euch. Nach der Aufnahme gibt's dann Real-Life-Aufnahme und dann gibt's auf die Phrasen. Ab in den Knast! Wenn ich mal meine Punkte ansehe, glaube ich, bin ich so richtig scheiße dabei. Wer schreibt hier ja? Ey, die sagten alles, alles... Halbe Coins wirst du mich verarschen? Und ich hab doch nur 533. Das ist ein richtiger kleiner, dreckiger Hurensohn. Und ich hab die dümmste, schlechteste Position ever. Bitte. Willst du mich eigentlich komplett ver... Komplett zerstört, oder? Ich... Ich... Ich nehm in diesem Video keinen einzigen Lucky Block mehr mit. Und du, ich weiß, wo du wohnst in ein paar Minuten. Hilfe, rennt mich! Was für Lucky Block, Alter. Da gibt's überhaupt keinen Lack. Das Lack ist im Keller. So, Moment mal. Was für 533? Ich hab einen Coinblock eingesammelt. Und die haben alle mehr als ich schön. Wie viel... Ach Gott. Kann ich mir überhaupt was Schönes leisten? Ich bin so... Ne? Nein! Nicht ja! Scheiße. Man, manchmal bin ich echt so... Matschepampel in der Birne. In der Tat. Was will ich mit ner zweiten Hose? Kann man die droppen eigentlich? So ne Scheiße. Was will ich mit zwei Hosen? Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben. Wo gibt's Eis, du stinkst, Henry? Beherrsch dich endlich, du dummer F***. Hat man hier eigentlich drei oder ein Leben? Oh nein. Geh weg, danke. Nein, wieso kann man hier nicht rein? Ich glaub ich staub ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaub ich esse ein Gold, danke. Nein! Willst du mich verarschen? Klar, natürlich. Team, jedoch ist Teams verboten, by the way, ne? Klar, jetzt geht ruhig zu dritt auf mich. Ich hasse euch. Ich finde eure Nummer raus. Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Hier muss man niemand die Fresse, hier muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Es ist zu wild. Schlag mich ja für die Leistung gerade eben hast du das echt verdient, ne? Danke, Mann! Ich hab ihn gerade 15 mal in der Sekunde geschlagen, also ich bin Maschine. Ich bin noch keine Maschine. So, jetzt machen wir richtig. Natürlich. Rennt mir ruhig wieder hinterher. Er macht ja nichts. Ich hör's schon wieder da. Springt locker mir jemand schon wieder hinterher. Das kann ich erklären. Businessman, ja. Klasse, ich bin voll... Was? Ich war auf dem Blog. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja! Ist das nicht der Typ von gerade eben? Nein! FBI, open up! Ich zerschlag nicht meine Tastatur, weil ich bin nicht so hohe in der Birne wie andere Gamer und zerschlag mein komplettes Setup. Nein! Holz hält das besser aus, aka mein Schreibtisch. Wieso hab ich das Gefühl gerade schon gehabt, dass mich jemand verfolgt, Alter? Ich werd nicht nur auf meinen Soft verfolgt, ich werd auf gefühlt kompeten... Alter, ich bin ja noch schlechter dran als die letzten Runde. Warum nehm ich das nur auf, Alter? Ich weiß, dass ich scheiße im Spiel bin. Nehm trotzdem die Lucky Blöcke mit. Ja, ich weiß. Mein Name ist Geld, ja. Ey, Vince, krieg ich dafür, dass ich Geld verloren hab, nochmal Geld? Das ist eigentlich voll die Farge. Ich geh auf nem Lucky Block, um Luck zu bekommen und dann krieg ich Unlucky, ja so. Krieg ich hier eigentlich was? Ne, natürlich nicht. Irgendwie sagt's mir, dass der Typ gleich in 10 Sekunden wieder unten ist. Warum auch immer. So, jetzt werd ich so richtig hinterhältig. Ich brauch Geld, tut mir leid, aber ich hab Geldsorgen. Sieht man das? So, wie wär's, wenn wir uns heute mal nicht zwei Hosen kaufen? Nö. So, extra doppelt vorsichtig. Und spezial würde ich eigentlich brauchen. 150 Scheiße, kann ich mir nicht mehr leisten. So. Und ich kauf mir nochmal zwei. Äh, was? Äh, was? Moment mal, haben die das grad hochgesetzt? So, wenigstens hab ich dieses Mal ein bisschen mehr Chance. Teams verboten. Genau, so wie letzte Runde, wo wir alle fair und harmonisch mitgespielt haben. Zahle malayikum. Bitte stirb, bitte stirb einfach. Danke. Das nehm ich alles mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier. Nein, 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 verschwinde. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich da einmischen sollte, aber jetzt hab ich irgendwie Bock auf Köftespieß. Was? Was hat die für ein Schwert? Hallo? Teaming ist verboten. Teaming ist verboten. Nein. Köftespieß, Köftespieß. Hallo, bitte gehen Sie weg, sonst sieht das so aus, als ob wir team würden. Da bin ich nicht mehr mit mein, was weiß ich, wie viel Leben sichern. Äh, die Kriminalität steigt hier immer weiter. Stop it. Get some help. Kommt raus, wo immer ihr seid. Die verstecken sich locker gerade vor mir. 6, 6, 6, 8. Oh, dreimal die 6? Und wenn ihr das zusammenzählt, na dann kommt nochmal 66 raus. Also haben wir dreimal die 6, Leute. Na das ist ja wie ein Sechser im Lotto, dann schaut mal hier. Was haben wir denn da? Fridays for Future. Ne, haben wir F, ist der sechste Buchstabe. Haben wir auch dreimal die 6? Ist das jetzt ein Zufall? Na ich glaube nie, dass das ein Zufall ist. 6, 6, 6, 8 wurde getötet. Das ist sehr gut. Da haben wir schon mal mehr Aufsichten auf ein Heilmittel gegen Corona. Köftespieß. Ich wusste im F5-Rodus. Ne, warum habe ich dieses Texture-Pack gemacht? Äh, ja, na klar habe ich das Texture-Pack gemacht. Das ist Fade-Folge, nur mir. So, 50 Coins. Schön, ähm, ach so. Die 5... Moment mal. Die T-Coins gar nicht für das Spiel? Scheiße. Ich habe doch kein Geld verdient. Ich gehe jetzt rein. Und ansonsten könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Abonnieren, Glock aktivieren. Jeden zweiten Tag auf meinem Kanal gibt es 15 Uhr ein brandneues Video. Haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und tschau, Leute. Tschau, 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 tschau.